But relative to so many similar countries, you've clearly performed a lot better than some nations. Why do you think that is? Ich gebe euch die Tipps. Ein Ei, vier Zigaretten, eine Evo-Prophen, dazu ein Rosinenbrötchen mit Leverwurst und dann kommt Bierenspiel. Und dann geht es schon. Ich bin jetzt beim Dritten angelangt und alles wieder normal.